Mayday! Mayday! Räumt die Rettungs-Gigabytes auf eurem PlayStation-Platten frei, denn PlayStation Plus Premium und Extra brauchen sie im Mai alle. Nicht lang schnacken, Platz frei machen. Besonders gerne machen wir das für Humanity. Das ist nämlich als Release brandneu und direkt im Spielekatalog von PlayStation Plus. Und nicht nur irgendeiner, sondern das neue Spiel der Macher von Res und Tetris Effect. Insider wissen, das heißt vor allem Effektgewitter vom Allerfeinsten. Sieht chaotisch aus? Ne, ist es auch. Aber dieses Chaos zu steuern ist genau eure Aufgabe. Dabei liegt nicht weniger als das Schicksal der gesamten Menschheit in euren Pfoten? Genau. Eines Tages wacht ihr als Shiba Inu auf und lenkt dann mit eurem Gebell massenweise Menschen durch einen bombastischen Action-Puzzle-Plattformer ins rettende weiße Licht. Geht erstmal einfach los und wird auf über 90 Maps dank ständig neuer Skills und Hindernisse immer komplexer. Die fiesen anderen und knackige Bossfights inklusive. Stellt euch einfach vor, Tetris-Blöcke würden leben und mit der anderen Hand steuert ihr noch Snake in 3D. Logisch, oder? Wer davon nicht genug bekommt, kann im Editor seine ganz eigenen Levels erstellen und mit der Community teilen. Endloser Nachschub ist also garantiert. Das Ganze kommt für PS5, PS4 und PSVR und PSVR 2. Also wirklich für alle Playstation-Menschen. Wenn jetzt allerdings euer Hund einen Controller in die Pfoten bekäme, würde er den DualSense oder DualSense Edge nehmen. Wie auch immer. Weiter. Bloß die ganze Menschheit retten ist euch zu wenig? Dann rettet doch gleich das ganze Multiversum. Und zwar mit einer echten Playstation-Ikone. Für uns ist Ratchet & Rift Apart eines der PS5-Games überhaupt jetzt schon ein moderner Klassiker. Wieso? Schön, dass ihr fragt. Überragender Animationslook locker auf Kino-Niveau. Mit Cutscenes, die nahtlos in butterweiches Gameplay sliden. Hut ab Insomnia Games. Dazu volle DualSense-Features, mit denen jede Waffe sich anders anfühlt. Third-Person-Action-Adventure neu definiert. Aber vor allem überzeugen uns hier Charme, Humor und Herz von Lombex Ratchet, Rivet, Clank und Co. Das alles im Umfang einer Staffel eurer Lieblingsserie. Nicht zu kurz, nicht ausuferend lang. Wer da nicht mindestens mal kurz reinschnuppert, der hat Next-Gen-Gaming nie geliebt. Unsere Meinung. Also poliert den Raytracing-Roboter-Chrom, schnallt den Sattel auf eure Sumpf-Mounts und gebt Dr. Nefarious und seinen intergalaktischen Mistviechern ordentlich 1 auf die 12. Dann rechnen wir noch einmal schnell 12 durch 4 und sind direkt bei 3. 3 mal Lara Croft. Die gesamte Rebo-Triologie von Tomb Raider bekommt ihr nämlich im Mai auch noch in dem Playstation Plus Premium-Spiele-Katalog. Stealth-Action-Grabräuberin-Blockbuster ohne Ende mit Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider. Tom Raider? Tomb Raider. Klingt irgendwie komisch, wenn man das so oft am Stück sagt. Wie man es richtig ausspricht, könnt ihr uns fürs nächste Mal ja in den Kommentaren verraten. Wir aber wissen, wer die Drake-Brüder, Nadine Ross und Chloe Fraser mag, wird diese Lara Croft lieben. Oder meint ihr das hier, könnte den Naughty Dog Adrenalin-Junkies nicht auch passieren. Was die Legacy of Thieves Collection für Uncharted ist, das sind diese 3 Games jedenfalls für Lara Croft. Ein hochklangens Action-Trip rund um den Globus. Eure Festplatte hat jetzt immer noch Platz. Mit Dishonored 2 und Dishonored, der Tod des Outsiders, bekommt ihr zwei der besten Stealth-Games überhaupt. Und das sagen wir als Splinter Cell Ultras. Wolfenstein Youngblood liefert Shooter-Munition für die Over-the-Top-Fraktion. Watchdog Legion plant euren nächsten Hackertrip nach London. Und in Lake bekommt ihr noch ein kleines Indie-Juwel, um nach dem ganzen Adrenalin wieder runter und ganz gemütlich rumzufahren. Für Playstation Plus Premium-Fans empfehlen wir im Mai besonders zwei Klassiker. Das Ghostbusters Remaster und Siphon Filter. Und den ganzen Rest, der neu dazukam, den schaut ihr euch dann am besten einfach selbst an. Genauso wie das nächste Video hier. Nach dem Probieren dann noch mit Abo und Glocke abonnieren und der Mai kann so richtig losgehen. Leinen los! Ciao!